Egal, wo Sie in Ihrem Leben gerade stehen, ob Sie sich in Ihrer persönlichen Bestform befinden und große Erfolge feiern oder ob Sie gegen Widrigkeiten ankämpfen müssen und verzweifelt Ihren Weg suchen, Sie und ich haben mindestens eines gemeinsam. Wir wollen unser Leben verbessern, wir wollen uns verbessern. Das soll nicht bedeuten, dass etwas mit unserem Leben oder mit uns nicht stimmt. Doch als menschliche Wesen werden wir mit dem Bedürfnis geboren, stetig zu wachsen und uns kontinuierlich zu verbessern. Dieser Drang, davon bin ich fest überzeugt, steckt in jedem von uns. Und doch stehen die meisten von uns morgens auf und stellen fest, dass sich Ihr Leben nicht im Geringsten verändert hat. Als Autor, Referent und Erfolgscoach liegt der Schwerpunkt meiner Arbeit darauf, anderen Menschen dabei zu helfen, in allen Bereichen ihres Lebens maximal erfolgreich zu sein und die größtmögliche Erfüllung zu erlangen, und zwar so schnell wie möglich. Und als jemand, der sich ausgiebig mit dem Potenzial des Menschen beschäftigt, kann ich mit absoluter Sicherheit behaupten, dass Miracle Morning die praktischste, ergebnisorientierteste und effektivste Strategie zur persönlichen Entwicklung darstellt, die mir je begegnet ist. Damit können Sie jeden einzelnen Bereich Ihres Lebens verbessern, und zwar schneller, als Sie es je für möglich gehalten hätten. Auch bei ohnehin schon erfolgreichen Menschen und Führungskräften kann Miracle Morning regelrecht den Turbo zünden und Sie auf die so schwer zu erreichende nächste Stufe katapultieren. Auf eine Stufe persönlichen und beruflichen Erfolgs, die mit dem bislang Erreichten nicht vergleichbar ist. Das kann zwar auch zu einem höheren Einkommen, zu einem Ausbau des Unternehmens oder zur Steigerung der Umsätze führen. Es geht bei Miracle Morning jedoch mehr darum, tiefgreifende Erfüllung und Harmonie in den Bereichen Ihres Lebens zu erlangen, die Sie zuvor möglicherweise vernachlässigt haben, wie beispielsweise Ihre Gesundheit, Beziehungen und Spiritualität, aber auch alles andere, was Ihnen am Herzen liegt. Für diejenigen unter uns, die schwere Zeiten durchmachen und von mentalen, emotionalen, körperlichen, finanziellen oder zwischenmenschlichen Problemen geplagt werden, hat sich Miracle Morning immer wieder als die Methode erwiesen, mit der man scheinbar Unüberwindbares überwinden, wichtige Durchbrüche erzielen und Lebensumstände ändern kann, meist in erstaunlich kurzer Zeit. Ob Sie nun maßgebliche Veränderungen in einigen wenigen Schlüsselbereichen vornehmen wollen oder für eine Generalüberholung bereit sind, die Ihr ganzes Leben radikal umkrempeln wird, Sie hören auf jeden Fall das richtige Buch. Sie stehen am Beginn einer wundervollen Reise, bei der ein simpler, aber revolutionärer Vorgang Ihr Leben für immer verändern wird. Und zwar jeden Tag, noch vor 8 Uhr morgens. Ich weiß, das klingt nach vollmundigen Versprechen. Dennoch hat Miracle Morning bei buchstäblich zigtausenden von Menschen auf der ganzen Welt schon messbare Ergebnisse erzielt, meine Wenigkeit eingeschlossen, und kann definitiv das Mittel sein, das Sie dorthin bringt, wo Sie hinwollen. Es ist mir eine Ehre, Miracle Morning mit Ihnen zu teilen. Ich setze alles daran, dass dieses Buch die Investition Ihrer Zeit, Energie und Aufmerksamkeit wert ist. Danke, dass Sie mich an Ihrem Leben teilhaben lassen. Und nun möge unsere gemeinsame, wundervolle Reise beginnen. In Liebe und Dankbarkeit. Hell Einführung Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eines. Albert Einstein Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur, sondern im Widerspruch zu dem, was wir von der Natur wissen. Augustinus Das Leben beginnt jeden Morgen neu. Joel Osteen Meine Geschichte und warum es gerade auf Ihre ankommt. 3. Dezember 1999 Alles lief gut. Nein, großartig. Ich war 20 und hatte gerade mein erstes Jahr an der Uni hinter mich gebracht. In den vergangenen 18 Monaten war ich zu einem der Spitzenaußendienstmitarbeiter eines Marketingunternehmens mit 200 Millionen Dollar Jahresumsatz aufgestiegen, hatte Firmenrekorde gebrochen und mehr Geld verdient, als man es sich in diesem Alter träumen lassen könnte. Ich war in meine Freundin verliebt, meine Familie unterstützte mich, wo sie nur konnte, und meine Freunde waren die Besten der Welt. Ich konnte mich wirklich glücklich schätzen. Ich hätte also Bäume ausreißen können, wie man so schön sagt, und hatte nicht die geringste Ahnung, dass dies der Abend war, an dem die Welt, wie ich sie kannte, unterging. 23.32 Uhr Mit über 110 Sachen auf dem Highway 99 in südlicher Richtung Wir waren mit unseren Freunden essen gewesen. Nun war ich mit meiner Freundin alleine. Sie war müde und auf dem Beifahrersitz eingeschlafen. Ich dagegen war hellwach. Ich hatte die Augen fest auf die Straße vor mir gerichtet und dirigierte mit dem Finger die Musik Tchaikowskis aus dem Radio. Anschlaf war für mich nicht zu denken. So euphorisch war ich nach den Ereignissen dieses schönen Abends. In meinem brandneuen weißen Ford Mustang rauschte ich mit über 110 Sachen die Autobahn entlang. Erst vor zwei Stunden hatte ich eine der besten Reden meines Lebens gehalten. Danach hatte es das erste Mal Standing Ovations für mich gegeben. Ein berauschendes Gefühl. Eigentlich hätte ich die ganze Welt aus Dankbarkeit umarmen wollen. Doch meine Freundin schlief und ich wollte sie nicht wecken. Ich dachte kurz daran, Mom und Dad anzurufen, doch es war schon spät. Sie waren wahrscheinlich bereits im Bett. Ich hätte anrufen sollen. Doch wie hätte ich ahnen können, dass dies für eine sehr lange Zeit die letzte Gelegenheit war, mit meinen Eltern oder irgendjemandem sonst zu sprechen? Eine unvorstellbare Realität Nein, ich erinnere mich nicht daran, die Scheinwerfer eines riesigen Chevrolet-Pickups direkt auf mich zukommen gesehen zu haben. Dennoch waren sie auf mich zugerast. Wie ein Donnerschlag des Schicksals krachte der massive Chevy mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 130 Stundenkilometern frontal in meinem im Vergleich winzigen Ford Mustang. Die folgenden Sekunden nahm ich wie in Zeitlupe wahr. Dieses Mal war es Tchaikovsky, der unseren bizarren Tanz dirigierte. Die Karosserien der beiden Wagen kollidierten und verhagten sich mit einem furchtbaren kreischenden Geräusch ineinander. Die Airbags des Mustangs explodierten mit genügend Wucht, um uns bewusstlos zu schlagen. Mein Gehirn, immer noch mit 110 Stundenkilometern unterwegs, knallte gegen die Vorderseite meines Schädels, wobei ein erheblicher Teil des lebenswichtigen Gewebes des Frontallappens zerstört wurde. Durch den Aufprall stellte sich der Mustang quer zur Straße, was die Fahrertür zum unausweichlichen Ziel für den Wagen hinter uns machte. Der 16-jährige Fahrer des Saturn-Sedan fuhr ebenfalls mit einer Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern in die linke Seite meines Wagens und schob die Tür in meine linke Körperhälfte. Der Metallrahmen des Mustang-Dachs quetschte meinen Kopf ein, riss mir die Schädeldecke auf und hätte mir um ein Haar mein linkes Ohr abgetrennt. Da die Knochen meiner linken Augenhöhle zermalmt waren, war mein linker Augapfel ungeschützt. Mein linker Arm war gebrochen, der Speichennerv in meinem Vorderarm durchtrennt, der Ellbogen zertrümmert und der gebrochene Oberarmknochen durchbohrte die Haut hinter meinem linken Bizeps. Mein Becken stand vor der heiklen Aufgabe, den Frontbereich des Saturn-Sedan von der Mittelkonsole meines Wagens zu trennen und war ihr nicht gewachsen. Es brach an drei Stellen. Schließlich zerbrach auch noch mein Oberschenkelknochen, der größte Knochen im menschlichen Körper, in zwei Teile. Ein Teil stak aus meinem Oberschenkel heraus und riss ein Loch in meine schwarze Anzughose. Überall war Blut. Mein Körper zerstört. Mein Gehirn dauerhaft geschädigt. Um sich den unvorstellbaren Schmerz zu entziehen, machte mein Körper dicht. Der Blutdruck sank ins Bodenlose und alles um mich herum wurde schwarz, während ich ins Koma fiel. Man lebt nur zweimal? Als nächstes geschah etwas ganz Unglaubliches, etwas, das viele als Wunder bezeichnet haben. Ein Rettungshubschrauber erschien und die Feuerwehrmänner schnitten die blutüberströnten Überreste meines Körpers mit einer Rettungsschere aus dem Autowrack. Dabei verlor ich so viel Blut, dass mein Herz zu schlagen und ich zu atmen aufhörte. Ich war klinisch tot. Die Sanitäter packten mich so schnell sie konnten in den Hubschrauber und begannen mit der Wiederbelebung. Sechs Minuten später gelang es ihnen. Mein Herz schlug wieder. Ich atmete reinen Sauerstoff. Ich war am Leben. Gott sei Dank. Als ich nach sechs Tagen aus dem Koma erwachte, sagte man mir, ich würde wahrscheinlich nie wieder gehen können. Nach sieben unvorstellbar schwierigen Wochen der Genesung und Rehabilitation im Krankenhaus, in denen ich das Gehen komplett neu lernen musste, wurde ich entlassen und der Obhut meiner Eltern übergeben. Mit elf gebrochenen Knochen, einem dauerhaften Hirnschaden und einer Ex-Freundin, sie hatte im Krankenhaus mit mir Schluss gemacht, war mein Leben so, wie ich es gekannt hatte, vorbei. Und ob sie es glauben oder nicht, das war auch gut so. Mit der neuen Realität zurechtzukommen war nicht einfach. Zwangsläufig fragte ich mich, warum ausgerechnet mir so etwas geschehen konnte. Es war mir jedoch klar, dass ich mir mein Leben selbst zurückerobern musste. Und so akzeptierte ich die Dinge, wie sie waren, und investierte keinerlei Energie mehr in den Wunsch nach einem anderen Leben oder in den Wunsch, Schlechtes möge mir in Zukunft nicht mehr passieren. Stattdessen konzentrierte ich mich zu 100% darauf, aus dem, was ich hatte, das Beste zu machen. Die Vergangenheit konnte ich nicht mehr ändern, also richtete ich mein Augenmerk auf die Zukunft. Ich setzte alles daran, mein Potenzial auszuschöpfen und meine Träume zu verwirklichen, damit ich anderen dabei helfen konnte, dasselbe zu tun. 2000 Das Jahr, das für mich damit begann, gebrochen, aber nicht besiegt in einem Krankenhausbett zu liegen, endete ganz anders. Ich hatte kein Auto, ganz zu schweigen von einem Kurzzeitgedächtnis und einen guten Grund dafür, zu Hause zu sitzen und mich selbst zu mitleiden. Dennoch kehrte ich an meinen Arbeitsplatz bei Cutco zurück. Es sollte das erfolgreichste Jahr in meiner bisherigen Karriere werden. Ich landete auf Platz 6 der besten Angestellten und das, obwohl das Unternehmen über mehr als 60.000 aktive Außendienstmitarbeiter verfügte und ich mich physisch, psychisch und finanziell immer noch von meinem Unfall erholte. 2001 Nach einigen unschätzbar wertvollen Lektionen des Lebens war es nun an der Zeit, andere Menschen mit meiner Geschichte zu inspirieren und zu unterstützen. Ich hielt Vorträge an Schulen und Universitäten. Das Feedback von Schülern, Studenten und Fakultätsmitgliedern war so überwältigend, dass ich mein Augenmerk in Zukunft besonders auf junge Menschen richten wollte. 2002 Um meine Erfahrungen noch weitreichender zu teilen, ermunterte mich mein guter Freund John Berghoff dazu, ein Buch über den Unfall zu schreiben. Ich fing umgehend damit an. Und so schnell ich damit begonnen hatte, so schnell hörte ich auch wieder auf. Ich bin kein Autor, geschweige denn ein Schriftsteller. Die Aufsätze in der Schule waren schon schwierig genug. Und jetzt ein ganzes Buch? Nach wiederholten Versuchen, die immer damit endeten, dass ich frustriert auf meinen Computerbildschirm starte, sah es nicht so aus, als ob es mit dem Buch jemals etwas werden sollte. Allerdings landete ich bei Cutco das zweite Jahr in Folge unter den Top Ten der Außendienstmitarbeiter. 2004 Um mich auch einmal in der Führungsetage zu versuchen, nahm ich den Posten als Vertriebsleiter bei der Cutco-Niederlassung in Sacramento an. Unser Team landete auf Platz 1 des Unternehmens und brach alle bisherigen Jahresrekorde. Im Herbst 2004 erzielte ich auch meinen persönlichen Rekord und hielt Einzug in die Cutco-Ruhmes-Halle. Vielen Dank fürs Zuhören! Das ganze Hörbuch finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung. Um an der Verlosung teilzunehmen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.